Polizei Story, ja stimmt, Polizei Story, kannst du ja erzählen. Eli Jello, ich wurde noch nicht einmal mit dem Lambo angehalten, in Berlin. Hat mich auch gewundert, ich hab den jetzt seit einem halben Jahr. Gestern, 3 Uhr, ich fahre, es war diese Baustelle, ihr kennt ja, auf den Autobahnen, diese 80er Zonen. Wenn es nur zweispurig ist, ich hasse das. Zweispurig, 80er Zone, ihr wisst, was ich meine. Ich fahre, so 80, 85, also vollend... Oh, also so voll entspannt und denkt mir so nichts dabei. Auf einmal kommt so ein Auto von hinten und macht so voll Stress, also ich konnte nicht sehen, was das für eins ist. Es war auch voll, es hat geregnet und war neblig und so. Und es ist so voll nah rangefahren. Da dachte ich, hä, was will er? Dann bin ich so ein bisschen schneller gefahren. Irgendwann bin ich rechte Spur gegangen, weil ich dachte, er will überhören. Und es war viel zu spät, ich hatte keinen Nerv für sowas. Und dann habe ich gesehen, als die an mir vorbeigefahren sind, dass es Polizei war. Die haben mich überholt. Da meinte ich schon so zu Melina, oh nee, bitte nicht jetzt und so. Dann haben die dieses Scheiß-Ding da angemacht, bitte folgen. Muss ich denen erstmal, keine Ahnung, fünf bis zehn Kilometer hinterher fahren auf der Autobahn. Dann sind die runtergefahren von der Autobahn. Und so eine abgelegene Stelle, ich dachte, ich werde gleich gepackt übrigens. Melina meinte so, bist du sicher, das Polizei ist? Nicht, dass die jetzt irgendwas komisches machen wollen. Dann war so Sackgasse auch, also die sind runtergefahren und so eine Seitenstraße, bla bla bla. Dann bin ich hinter denen gefahren, steigen die so aus, war eine Frau, ein Typ. Und eigentlich ganz normal gewesen. Die kommen so raus, sagen, yo. Aber ein bisschen angepisster. So, ja, Verkehrskontrolle, Fahrzeugpapiere und Führerschein bitte. Habe ich denen gegeben, ne. Ich meinte, hier. Dann hat er mich gefragt, ob ich getrunken habe. Dann meinte ich, nee, ich habe nicht getrunken. Dann hat er mich gefragt, woher ich komme. Dann meinte ich, Oberhausen. Er meinte, was machst du in Oberhausen? Dann meinte ich, ich war da geschäftlich. Dann meinte er, was machst du denn geschäftlich? Dann meinte ich, ich war bei einem Streamer-Event, ich bin Streamer. Dann meinte er, ah, okay, gut. Und so finanzieren sie sich auch das Auto? Ich so, ja. Dann sagt er so, okay, dann Kofferraum aufmachen. Ich hatte jetzt, glaube ich, so ein bisschen, so, keine Ahnung. Wir haben dann im Nachhinein welche geschrieben, oh, du hättest nicht Kofferraum aufmachen müssen und, keine Ahnung. Ach, nee, da habe ich noch gefragt, ob ich was falsch gemacht habe. Dann meinte er, nee, du hast nichts falsch gemacht. Aber wenn so ein Auto Richtung Berlin fährt, um diese Uhrzeit, dann müssen wir das überprüfen. So, ohne Sinn. Weil ich bin nicht zu schnell gefahren oder so. Immer mich anrufen, hab Bibi. Na, okay, dann, was soll ich machen, Digga? Ich wollte da jetzt keinen Stress machen. Dann habe ich, oh, guck mal, die verlieren übrigens gerade. Dann meinte ich so, ähm, ja, ich habe halt Kofferraum aufgemacht. Ich hatte jetzt keine Lust auf Stress. Ich hatte ja nichts zu verbergen. Und dann haben die sich das, ich weiß nicht mal, was die sich da angeguckt haben, dann zugemacht. Und das, da haben sie noch in ihren scheiß Auto da irgendwas überprüft. Und, äh, waren so wirklich auch ein bisschen arschig, fand ich. Aber ich, es war viel zu spät, Digga, es war viel zu spät. Ich habe immer das Gefühl, die machen ja nur ihren Job, ne? Aber ich mag das nicht, wenn man so seine Machtposition so ein bisschen, weißt du, du kannst ja auch so nett einfach, so nett, so normal, menschlich, kannst du ja ganz normal, wisst ihr, was ich meine? Die dachten dann, dass ich Drogen hinten habe. Okay, aber ich frage mich, welcher Kriminelle, der wirklich was zu verbergen hat, hat bitte Drogen in seinem Kofferraum in einem Urus? Das würde ich doch niemals machen in einem Urus. Da würde ich mir viel entspannteres Dings da noch machen. Da würde ich doch viel entspannen. Also, wenn ich sowas mache, dann hole ich mir doch eher so ein, dann hole ich mir eher ein unauffälliges Auto. Aber naja, ähm, war alles entspannt. Also, wenn ich sowas mache, dann hole ich mir doch mal.